Mit Sturm bzw. Orkantiefrederike erwarten wir am morgigen Donnerstag wohl den Höhepunkt der derzeit windigen Zeiten. Damit herzlich willkommen aus dem Studio des Deutschen Wetterdienstes zum heutigen Unwetterclip. Schon in der Nacht mausert sich langsam das Sturmtiefrederike zu einem Orkantief, passiert dabei den Norden Irlands und die Mitte von England und wird dann am Vormittag etwa in Ostfriesland erwartet. Im weiteren Tagesverlauf würde es dann gen Osten wandern, etwa nördlich an Berlin vorbeiziehen und dann nach Osten Richtung Polen verschwinden. Die höchsten Windgeschwindigkeiten erwarten wir dabei auf der Süd- bzw. der Südwestflange dieser Zugbahn. Dort können verbreitet 90 bis 115 kmh auftreten. Das Ganze ist auch hier in einer schematischen Darstellung wiedergegeben. Hier über die Mitte hinweg von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen erwarten wir die höchsten Windgeschwindigkeiten zwischen 19 und 115 kmh. In exponierten Lagen oder aber auch in Verbindung mit schauenden Gewittern kann es sogar noch darüber hinausgehen. Nach Süden hin ist das etwas schwächer der Fall. Dort verbreitet 85 kmh in Verbindung mit schauenden Gewittern. Oder auch im Alpenvorland können es aber durchaus auch orkanartige Böen sein. Ruhiger geht es dagegen auf der Nordseite dieser Zugbahn zu. Gerade im Nordosten des Landes verbreitet nur die Windstärke 7, also bis zu 60 kmh. Und nur ganz vereinzelt mal eine stürmische Böe. Das Ganze ist auch schon umgewandelt in eine Vorabinformation, die am heutigen Mittag rausgegeben wurde. Diese zieht sich hier von Westen in den Osten des Landes, wo wir die höchsten Windgeschwindigkeiten erwarten. Und sobald die Lage sich noch deutlich sicher gestaltet, wird das Ganze dann auch in eine aktive Warnlage umgewandelt. Wie sieht nun das Wetter dazu aus? Und wir sehen hier auf der Nordseite von dieser Zugbahn, dort fließt etwas kühlere Luft ein. Dort kann es längere Zeit schneiden, teilweise 5 bis 10 cm, punktuell sogar 15 cm, die dort zusammenkommen können. Auf der Südwestseite dagegen ein ganz anderes Bild. Dort bringt Friederike doch sehr milde Atlantikluft mit sich. Hier am oberen werden es dann wohl 11 Grad werden und dabei regnet es teilweise längere Zeit. Gerade im Schwarzwald und auch im Alge setzt Dauerregen ein. Möchten Sie weitere Informationen zu der anstehenden Orkanlage, schauen Sie nach auf unserer Homepage dwd.de oder auch auf unserer Warnwetter-App. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.